So, und da. Sehr schön. Gehen wir weiter. Ja. Da vorne ist schon der nächste Schrein. Und was ist das da? Mein Gott, was ist das? Ich weiß nicht, wer sind. Egal was es ist, wir werden es töten. Waldgolem, stirb. Ich wette, der hätte uns überhaupt nicht angegriffen. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. Das wird auch nicht angegriffen. Help! Help! Scheiße! Ähm... Ja! Also, die Idee war jetzt auch richtig klasse! Nein, 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 nein. Du bist immer schön in Ruhe hier. Ja, ist... das ist halt lustig. Ja, ja. Und, wie geht's euch so? Also, ich... ich hab hier grad zu tun, aber... Ich hab doch immer noch genügend Zeit, um mich da mit euch zu unterhalten, hier nebenbei. Mhm. Hm. Das würd ich echt mal machen, so ne Skype-Konfi während dem Aufnehmen. Naja. Und, 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 und... Woos? Fall hin! Und wehe, der hat da nichts tolles dabei. Jaaaa! Da liegt er! Boah, Fuuuh! Das kann's doch jetzt nicht sein, oder? Ähh... Na ja, gut. Aufnahme erfolgreich in die Länge gezogen. Muss ja auch mal sein. Nein, der ist schon der Nächste Fass mich bloß nicht an Und da Oh mein Gott, wie viele gibt es denn von den Dingern? Was ich mich frage, greifen die einen eigentlich an? Ja, die greifen einen an Lass mich in Ruhe Ich glaube wir müssen da hoch Nein, wir müssen da hoch Scheiße Nein, 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 nein Da unten sind sie Oder müssen wir da überhaupt hoch? Ich weiß es gar nicht Ich dachte eigentlich schon Nein, müssen wir da natürlich nicht Lass mal Loki auf die Karte Och, puh Wir sind völlig falsch gelatscht Wir müssen da hoch Nach Windbreak Komm Rennen wir jetzt einfach mal hier querfeld ein Über die Felsen und so Wenn wir da drauf kommen Lass mich da auf Da vorne sehen wir es schon Windbreak Da oben sind wir Ruinen Da oben sind wir Ruinen Da oben sind wir Ruinen Da kommen hier meine Freunde Der kommt nicht von seinem Felsen runter Wulfis brave wolfies sind hier so viele windmühlen windbreak windmühlen ich habe schon gedacht da wäre eine mauer drum was für ein witz hallo du mit dem roten dinge siehst wichtig aus du bist ein söldner wenn mich nicht alles täuscht kann ich ein paar worte mit dir wechseln sicher das gibt's ich bin ran hogarth captain der königlichen garde vor ein paar tagen hat meine einheit diesen weißen ort geschnappt den alle silberschädel nennen den berüchtigten silberschädel der mit seinen kommandos unsere dörfer überfallen hat genau leider sind wir mit unserem konvo in einen hinterhalt geraten nicht weit von hier wir haben uns gut geschlagen ich würde verwundet und wo sind deine männer ich habe ihnen den befehl erteilt den gefangenen nach katalon zu bringen musste aber selbst hier bleiben es wundert mich dass ich noch keine nachricht von ihnen erhalten habe ich verstehe womöglich ein weiterer hinterhalt dieser silberschädel ist sehr wichtig für die orks daher rechne ich mit dem schlimmsten wegen einer Lungenverletzung kann ich mich kaum bewegen hast du mich deshalb angesprochen soll ich etwas für dich erledigen bitte finde heraus was mit meiner Einheit geschehen ist ähm 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 äh äh sie müssen dem Weg nach Katalon gefolgt sein ihr Trost ist zu schwer um von der Straße abzuweichen du kannst sie nicht verfehlen du kannst sie nicht verfehlen ja jetzt sind wir an dem Ding die eigentlich nicht eigentlich vorbeigekommen ähm ich weiß ja nicht hm hm gehen wir weiter ich wünsch dir Glück danke er wünscht mir Glück na toll jetzt fühl ich mich über sich da können wir gleich diesen Mist von den Orks verkaufen hm nein nicht den Mist sondern den Mist so hatte was gegen Giftartiges dabei na schade hm hm hey Festgeber ich habe mich nicht getäuscht wir bräuchten dringend Hilfe Seine Schlussfolgerung war schon nicht verkehrt. Ich bin der Bürgermeister hier. Das heißt, ich bin für die Lösung von Problemen für's denn nicht. Und im Moment haben wir ein Problem. Was für eine Art Problem ist es denn? Ein ziemlich großes... Ein Poga hat sich bei uns niedergelassen. Er belagert eine unserer Windmühlen. Die verbliebenen zwei Mühlen reichen nicht aus. Tja. Die ganze Armee von Katalon wird von uns beliefert. Du verstehst. In der ganzen Gegend treiben wir als einzige Windmühlen. Ich sehe schon. Verstehst, was wir von dir erwarten? Ich meine, es liegt ja auf der Hand, dass wir diesen Oga gerne los wären. Also, hm... Ich hab zwar nichts gegen Oga. Aber die Armee braucht natürlich das Mehl. Oder wir haben im Moment keine Zeit. Weil wir müssen unsere Schwester retten. Ach, scheiße, ist die Schwester. Hast du recht. Ich markiere dir die Windmühle auf deiner Karte. Sehr schön. Dann mal weiter. Viel Glück. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal zu diesem komischen Windmühlen-Ding da und den... Oh, da lang hier. Und das Oga-Gerchen da finden. Schreck, wo bist du? Komm heraus! Oder bist du etwas ein Grizzly geworden? Könnte interessant sein. Hallo! Au! Und da liegt er. Willen-Krieger-Attacke mal zwei. Hui. Äh. Sag mal. Ach so, die Zeit steigt und der Mahnerverbrauch. Okay. So, die Tränke und dann... Was ist das denn hier? Für Willko reduziert geschicklich. Kann man und das Gegner ist für eine bestimmte Zeitraum. Ja, wer es braucht. Kann man hier in die Mühle rein? Hui. 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 Das Witzens ist aber nicht allzu viel. Naja. Jörgermeister. Hallo. Hast du den Oga beseitigt? Ja. Ganz Katalon schuldigt dir danke. Hier hast du 500 Goldstück als Belohnung. Und ich hätte da noch ein anderes Anliegen. Was gibt es denn? Oh. Ja, und das ist das, was wir eigentlich wollen. Halt die Klappe. Mhm. Wow. Boah. Sie wurden offenbar in ihrer Ruhe gestört. Jedenfalls können wir nicht mehr dorthin und für unsere Vorfahren beten. Wenn es sich um eine Erscheinung der Heimsuchung handelt, dann wäre der Klartext. Du warst sicher, dass die Lösung eines solchen Problems nur im Preis war. Ich hatte Angst und würde es von dem Auftrag zurückschrecken. Wenn ich es überhaupt ausschreiche. Belohnung wird dich zufriedenstellen. Ich kann nicht dir versprechen. Ich glaube, dieser Dialog war jetzt ziemlich unverständlich durch die ganzen Geräusche. Nebenbei hier. Klappe. Er liegt im Osten. Warte, ich markiere ihn dir auf deiner Karte. Toll, danke. Klappe! Scheiß-Söllen-Fiechdingens. Ich hab davon noch den da gesehen. Wer ist das denn? Osvaro hat einen neuen Herrscher. Warum erzählst du mir das? Wir wollten nur, dass du es weißt. Kenn ich dich vielleicht? Alles im Klang wird zur rechtzeit klar werden. Osvaro ist deine Ahnung. Niemand kann dort leben. Du wirst deine eigenen Schüsse ziehen. Ich bin nur ein Bote. Junge, ich häng die Tür aus. Ich sag's dir. Also. Ganz. Ehrlich. Klar. Und jetzt geht keiner wieder die Tür. Ich fühl mich so verarscht. Naja.